360Football hier mit einem neuen Video zum Thema Ballkontrolle, genauer gesagt 8 Übungen Ballhandling für Kinder. Mitunter wahrscheinlich das wichtigste Thema, dass man als Kind zusätzlich trainieren kann neben dem Mannschaftstraining, wenn jemand richtig motiviert ist und Gas geben möchte für das Fundament ist das natürlich essentiell. Vielleicht kurz zu uns 360Football, seit 2017 machen wir Personal Trainings für Kinder bis zu Profis, dafür einfach in der Videobeschreibung schauen, da gibt es alle Infos dazu, aber wir möchten da gar nicht so viel drum herum reden, gehen wir direkt in die erste Übung, vamos! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!